Ja hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Mein Name ist Andy und verzeiht es mir bitte wenn ich ein bisschen komisch klinge, aber ich habe momentan mit einer Erkältung und all so einem Quatsch zu kämpfen, so typisch winterlich halt. Das ganze soll jetzt auch nicht länger dauern als es geplant ist, denn ich dachte mir so ein kleines Jahresabschlussvideo wie im letzten Jahr ist gar nicht mal so unangebracht und da ich nicht sehr viel zu erzählen habe, versuche ich mich so kurz wie möglich zu halten. Dieses Jahr wird kein Video mehr von mir kommen außer als dem hier und ja durch die Feiertage, Weihnachten und so weiter, da hat bestimmt jeder auch sein eigenes Sippchen zu kochen, bin ich halt relativ wenig am PC und entsprechend auch wenig am Spielen. Dementsprechend kommt auch wenig zusammen was ich hochladen könnte und deshalb habe ich mir jetzt vorzeitig schon mal Urlaub genommen für den Rest des Jahres. Wie es nächstes Jahr weitergeht, ja wie gehabt eigentlich, ARMA 3 Live immer noch ein heißes Eisen bei mir, Battlefield 4 liegt noch ein Video auf Halde, das ich dann Anfang nächsten Jahres hochladen werde. Andere Projekte habe ich mir jetzt noch nicht weiter überlegt, wie es generell weitergeht, auch mit meiner Musik Copyright Strike Geschichte, muss man sehen wie sich das entwickelt. Ich habe jetzt sämtliche Interpreten angeschrieben wo ich noch so einen Urheberrechtshinweis hatte, von einigen schon das okay gekriegt, auf andere warte ich noch auf die Antwort. Im schlimmsten Fall muss ich halt die Videos dann erst einmal löschen und im Zweifel im Nachhinein nochmal hochladen. So, sehr viel mehr Informationen habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht für euch. Ich bedanke mich nochmal recht recht herzlich bei jedem, der im Jahr 2014 meine Videos angeschaut hat, mir in irgendeiner Form Support hat zukommen lassen, ob es jetzt Kommentare waren oder direkte Gespräche oder was auch immer. Ich hoffe, ich kann weiterhin die Videos in der Qualität abliefern, wie ihr es jetzt mittlerweile gewohnt seid bei mir. Wünsche euch ein entspanntes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Mein Name ist Andy und wir sehen uns 2015.